Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ja, heute spielen wir mal wieder nach einer langen, 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 langen Zeit Amogos Können wir auch braun nehmen, aber schade Und vielleicht sind wir Imposter, ich hab drei Imposter gewählt, bitte Oh mein Gott, ich will Wir sind dieser Seetadebukt oder Tukt oder keine Ahnung was Se-da-te-dukt bin ich Oh mein Gott, wie geil, es gibt ja auch so einen High-and-Seek-Modus jetzt, hab ich auch schon getestet Bombastik-Cyder, Alter Oh mein Gott, das ist krass Das ist schon ein Schüsch, wir haben direkt einen gekillt Ich schau mal hier in den Chat Na wie, na wie, na wie Na ja, wir schreiben erstmal nichts Weil damit machen wir es Äh Okay, nicht alle Deutsch Englisch, Deutsch W-W-Wat Nein, Ax Madele, Task Nein, Task ist ja Englisch Navigation ist auch Englisch Oder man kann auch Navigate Navigation Who Work I don't know Any Sus Cams Nein, Cams Ach scheiße, wir voten einfach Mr. Bombastik-Cyder Born-Pen Ich habe jetzt gerade Born-Pen Hoh, nein Seh da, Teddo wurde zweimal gewählt Oh mein Gott, schau mal Bombastik-Cyder das dürfen wir nicht aufhören sitzen lassen müssen auch rennen obwohl jetzt sind einmal so einfach so ebenso wir tun einfach so kann das zu machen und das auch zu machen das heißt um auch ohne wir machen es kann alles zu beschließen so viel ich dachte es ist geschlossen wir laufen einfach so rum ist ja mega schlecht ich habe reportet zu fahrs wird ich soll jetzt sagen skip ich finde es gibt wir sind halt nicht beim die slow sie sind nicht noch mehr bei mir bitte nicht bei mir oh mein Gott Havi wurde so nein Havi Hachi der wird nicht gebotet Junge wie ich so Hachi ein bisschen so eine Babystimme okay wir sind jetzt wieder in der Runde drin und müssen wir auch wieder ein Kill machen ich bin aber auch echt nicht so fast ne ich nur wüsste 30 Sekunden Kill Cooldown das ähm ach Digga Selfreport oder was ja äh ne sorry what Self saß es gibt ich sag es gibt es gibt putz also ich sag dir ganz ehrlich weiß ist bisschen saß ach so weiß war unser Impostor oberhalb des Haas Prozent Havi 66 war es in den Post da ist der zu anderen Kostor da ach so und das ist der der die ganze Zeit Prozent 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 Stieten Land Prozent Prozent und kann es auch keiner Prozent der Aktor Wir müssen jetzt mal ankehlen. Das ist ein bisschen zass. Ich wollte ihn kehlen gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer war das denn? Okay. Und wer war es? Lu. Lu Vent? Äh, no. Und bin nicht blau? Die werden alle mich wählen. Nein. Äh. Oh mein. Warum heiße ich so? Ich mag deinen Namen nicht so. Dafür wird euch jetzt das Leben zur Hölle gemacht. Ihr, ähm... Oh, das hat gar nichts gebracht. Wow. Das mache ich zu. Das mache ich zu. Das mache ich zu. Das mache ich zu. Ich mache alles zu. Wir können nirgends von mir raus. Wo ist der Imposter? Wo ist der Imposter? Ich muss dem Imposter helfen. Ja. Ja. Warte, warte, warte. Ich kann nicht... Der Imposter muss wen killen. Nein, nein, nein. Da war er doch. Ja. 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 Oh! Oh! Da hat einfach so jemand gekäbt. So random. Dim, dim, dim. Okay. Das ist eine sehr gute Runde. Wir waren im Imposter. Als erste Runde. Ich meine... Hier passt leider auch nur eine Runde rein, weil die bis schon länger dauert. Aber sonst... Ich... Ähm... Wer? Ähm... Ich weiß, wir können zwar nicht mal schreien. Warum ist mich müde? Es ist nicht... Spät. Was ist das? Okay, gar nichts. I could be cream. Ach, Digga. Schreibt doch green. Oder meinst du cream? Er ist cream. Ich verstehe gar nichts. Also, ich kann nicht voten. Also, ich würde natürlich den lieben Bubbly Slow voten. Der gelbe, der hat einen coolen Skin, eine coole Mütze. Der amet. Liebe Grüße gehen an alle Spiele raus, aber wir haben leider verloren. Das war eine... Putz! Es war eine sehr schöne Runde. Und wir gehen direkt in den Shop. Und kaufen uns zum Ende der Folge was. Und dann haben wir hier noch was. Hey, jetzt noch mal so ein Level Board. Oh, coole Pets. Okay, wir kaufen uns nichts, oder? Warte, warte, ich schau. Ne, 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 ne. Sehe ich jetzt gerade hier irgendwie nichts? Da sind die geilen Lichterschwerter. Also. Ne, okay, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Damit, ciao, meine Lieben. Tschüss. Oh, warte. Das war wieder der Doberabbruch. Weil es irgendwie nicht ging. Und damit, ciao, mit au, Kakao. Und mir fällt nichts mehr ein, was reimt.